Hallo, ich bin Tara und ich lebe in Berlin, in Deutschland. Ich bin ein New Face, leider noch ohne Agentur, aber ich würde mich freuen, wenn ich demnächst meine Agentur durchstarten könnte. Ich bin 15 Jahre alt, bin 1,73 m groß. Meine Maße sind 85, 60, 89 und meine Schuhgröße ist 40. Ich spiele sehr gerne Klavier, gehe gerne raus an die frische Luft, treffe mich mit Freunden und bin künstlerisch sehr aktiv, also bin auch in der Schule aktiv und mache das auch sehr gerne. Ich habe noch keine Erfahrung von der Kamera, das würde ich sehr gerne ändern. Und da? Vielen Dank. Vielen Dank.